Aufgepasst, klasse! Das ist ziemlich wichtig. Heute geht es um Formen. Versucht es einmal. Wow, so viel Druck. Los geht's. Jetzt machen wir am unteren Rand weiter. Ich schaff das. So, ich. Was zum? Das ist nur eine schnelle grobe Zeichnung. Wie, aber echt jetzt? Ich fang besser nochmal an. Das kann weg. Weißt du was? Versuchen wir was anderes. Bin bereit. Gut. Halten wir es diesmal einfach. Mal überlegen. Ah ja, ein Kreis. Schon besser. Okay, was jetzt? Wie wär's mit einem fröhlichen Gesicht? Gefällt mir. Ich geb meinem Gesicht ein breites Grinsen. Nicht schon wieder. Ich bin ein wenig eingerostet. Wie macht er das? Zurück zum Anfang. Ich glaub, sie machen das absichtlich. Ich? Niemals. Ich muss doch irgendwas hinbekommen. Hey, ich hab eine Idee. Ich kleb Stifte an meine Finger. Ich werd was Besonderes erschaffen. Ich fahre übers Blatt. Und die Stifte machen die Arbeit. Das wird schön bunt. Ich bin endlich eine Künstlerin. So, ich bin fertig. Die Linien, die Farben. Es ist wunderbar. Sehr beeindruckend, Hazel. Ich mach, was ich kann. So ein hübscher Schmetterling. Was wir wohl heute lernen? Hallo, klasse. Ich hoffe, ihr habt alle eure Hausaufgaben gemacht. Die waren extra schwer. Oh, ich wusste, ich hab was vergessen. Warum überrascht mich das nicht? Und du, Miles? Äh, ich hab sie gemacht. Aber mein Notizbuch hat schon bessere Tage gesehen. Soll das ein Scherz sein? Dafür werde ich nicht genug bezahlt. Ich geb auf. Macht's gut. Wow, das hat er persönlich genommen. Hm, was machen wir jetzt? Ah, ich weiß. Gib mir dein Notizbuch. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Ich brauch noch mein Glätteisen. Du machst meine Hausaufgaben. Und ich mach das hier. Okay, abgemacht. Ich zieh das Glätteisen über die Seite. Und noch ein bisschen drehen. Die Hitze entrollt das Blatt. Genau so. Wow, das ist ja cool. Ich fang auch besser an. Das sind die letzten Seiten. Ich liebe Hausaufgaben machen. Das ist das Beste. Das war's. Meine Arbeit ist getan. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Tauschen wir. Danke, Miles. Wow, guck dir das an. Das sah noch nie so gut aus. Den Trick muss ich mir merken. Oh, der Lehrer ist zurück. Vielleicht hab ich überreagiert. Warte, du hast die Hausaufgaben gemacht? Bravo. Ich denke, sie werden beeindruckt sein. Niemals. Ich glaub das nicht. Ausgezeichnete Arbeit, Miles. Ihr habt einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Schlag ein, Kumpel. Ich hol mein Zeug für den Unterricht. Komm schon. Geh auf. Ich muss mehr trainieren. Gut, niemand hat's gesehen. Dann mal los. Hey, pass doch auf. Mein Rucksack. Ups. Warte, ist das... Wie peinlich. Was? Hör auf, gemein zu sein. Warte, bis ich's allen erzählt hab. Das ist der schlimmste Tag. Warum lacht er darüber? Ach, wenigstens ist mein Lippenstift okay. Ich wollte sowieso auffrischen. Ist doch keine große Sache. Warte mal, ich hab eine tolle Idee. Pünktlich zum Unterricht. Ich hol meine Bücher raus. Ich vergesse einfach, was passiert ist. Hallo, beginnen wir mit der Lektion. Das wird eine harte Nummer. Klingt nicht grad gut. Aber ich schaff das. Moment mal. Ist das Lippenstift? Ich kann das erklären. Du kennst die Regeln. Kein Make-up im Unterricht. Ich bin sehr enttäuscht. Das wird nicht wieder vorkommen. Tu mir so, als wäre das nicht passiert. Gib den her. Gib schon. Na gut. Was hast du dir nur gedacht? Den werde ich behalten. Das ist nicht, was sie denken. Was ist so besonders an diesem Zeug? Ich werde das nie verstehen. Hä? Was ist das? Das war ein großer Fehler. Wir erwähnen das nie wieder. Ich will einfach nur nach Hause. Lasst uns das Rad drehen. Ich will mal drehen. Ich bin der Gast. Das war meine Idee. Lass los, oder? Schluss jetzt. Du machst es kaputt. Oh, was ist das? Dann malen wir wohl eine Rose. Was ist das? Ladies, ich habe zwei Rosen für zwei schöne Blumen. Wie seltsam. Lasst mich eure Schönheit bestaunen. Grrrr, du gefällst mir. Möge die Challenge beginnen. Na endlich. Oh mein Gott, reiß dich zusammen. Mir wird es schwer fallen, mich zu konzentrieren. Ich blicke direkt auf ein Kunstwerk. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Der Bart ist richtig schnieke. Ihr Ernst? Hey, huhu. Schon vergessen, das ist ein Wettbewerb. Oh, ja, du hast recht. Das sieht nicht wie eine Rose aus. Es sei denn... Oh, ich hab's. Ich male ein paar Dreiecke in das Herz hinein. Das sind die Blüten. Dann male ich den Rest der Rose. Das sieht toll aus. Nun sind die Blätter dran. Der Stiel darf auch nicht fehlen. Ich bin fertig. Die ist mir gut gelungen. Nice. Das ist meine minimalistische Rose. Und was sagst du? Gefällt dir, was du siehst? Bezaubernd. Du gewinnst. Juhu. Wusste ich's doch. Was ist der Preis? Du? Die werde ich in Ehren halten. Die riecht so gut. War doch klar, dass er dich gewinnen lassen würde. Du bist nur neidisch. Was wohl jetzt kommt? Nicht so schnell. Ich drehe das Rad. Wo es wohl halten wird? Oh, ein kleiner Vogel. Wie niedlich. Los, lass uns anfangen. Ja, ja. Ich bin nicht so gut mit Farben. Ich versuch's trotzdem. Stell dir vor, du wärst in der freien Natur. Darin liegt das Geheimnis. Rot passt perfekt. Oh nein, das ist schrecklich. Das hat es noch verschlimmert. Oh, sieh dir meine Hand an. Das schreit nach einer Maßnahme. Sabotage. Nein, sieh nur, was du getan hast. Das ist deine Schuld. Du hast das Blatt bewegt. Sieh nur. Und das ist mein Fehler? Äh, nein. Warte mal. All die Sabotage hat mich auf eine Idee gebracht. Das könnte funktionieren. Ich nehme etwas schwarz und male einen Schnabel. Dann ein paar Beine. Das sieht schon aus wie ein Vogel. So, der süße Vogel ist fertig. Und das dank deiner Hilfe. Du schummelst. Aber es gefällt mir. Meins ist nicht so schön. Lass mal sehen. Wenn's sein muss. Ich denke, der Sieger steht fest. Ja. Oh, hallo, kleiner Mann. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Wow. Oh, darf ich die auch mal streicheln? Husch, weg mit dir. Hol dir deine eigenen Vögel. Du denkst wohl, du wärst was Besonderes. Die nächste Runde beginnt. Ich mach dich fertig. Wow, beruhig dich. Okay, ich nehme mir das aber richtig ernst. Lass uns das Rad drehen. Ist das Glück auf meiner Seite? Oh, interessant. Also bitte, wo ist denn da die Herausforderung? Keine Ahnung, was ich tue. Hochmut kommt vor dem Fall. Zeit anzufangen. Mal sehen, was Luna so malt. Nicht schummeln, nicht schon wieder. Da war nur etwas Staub, okay? Mach weiter. Staub als ob. Ich male zuerst ein Y. Dann male ich die Finger. Und den anderen Finger. Und dann den Rest der Hand. Und ein kleines Herz. Ich bin fertig. Gar nicht schlecht, oder? Na, was sagst du? Ist ganz okay. Okay, das ist mein Bild. Die Runde geht bestimmt an mich. Ja, das hast du verdient. Es gibt einen Preis. Luna, darf ich? Wie romantisch. Aber, aber. Ich bin so einsam. Ich drehe jetzt das Rad. Halt, was? Okay, na gut. Ich hoffe, du drehst das Richtige. Ein Hund. Das sollte nicht zu schwer sein. Das schüchtert mich nicht ein. Ich schaff das. Okay, ein Hund. Wo fange ich nur an? Ich liebe Tiere. Das ist mein Vorteil. Zuerst male ich einen Kreis. Und jetzt? Was male ich jetzt? Was macht sie da? Das ist doch kein Hund. Ich hab's. Ich male ein paar kleine Kreise. Das sollte reichen. Dann male ich Halbkreise. Nun kommt die Nase und die Augen hinzu. Es fehlen noch die Details. Und ein Schwänzchen. So ein süßer Hund, oder? Das ist wurftastisch. Hä? Kapiert? Wie hast du das geschafft? Das ist echt clever. Wie sieht dein Bild aus? Naja, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Wenn du die Augen zukneifst, erkennt man einen Hund. Oh, wie gemein. Mal sehen, wer gewonnen hat. Wow, da seh mal einer an. Ich bin so glücklich. Gewinne ich einen Hund? Ein Hund wäre echt cool. Ahem. Was ist? Das ist alles? Der ist niedlich, aber ein echter wäre mir lieber. Ich nehme ihn. Den kannst du behalten. Mal sehen, wer das Rad drehen darf. Wie du meinst. Juhu, gewonnen. Ich drehe das Rad. Warte. Schere schlägt doch Papier. Oh, ein Hase. Das wird mir Spaß machen. Aber Schere schlägt doch Papier. Hey, die erinnern mich an Hasenohren. Ich habe eine Idee. Ich sollte lieber anfangen. Das wird ein Kinderspiel. Das ist der Körper. Und das sind die Pfoten. Jeder Hase liebt Karotten. Jetzt kommen Augen und Mund dazu. Pink ist perfekt für die Ohren. Und den Mund. Die Karotte braucht auch noch Farbe. Und etwas grün. Schon ist der Hase fertig. Gar nicht übel. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich muss mich beeilen. Unter Stress kann ich nicht arbeiten. Immerhin ist da eine Karotte. Uh, wieder gewonnen. Wer ist die Beste? Na, ich. Schluss damit. Was ist das? Sind das Karotten? Bei dem Preis verliert man gerne. Die sind gut für die Augen. Sehst du nicht wahr? Wollt ihr es mal versuchen? Wie schwer kann dein Herz schon sein? Nur ein paar geschwungene Linien. Hab sowas schon lange nicht mehr gemalt. Versuchen wir es nochmal. Hier eine Kurve. Ich bin schrecklich darin. So kommen die Seiten nicht gleichmäßig hin. Dafür brauche ich ewig. Aber vielleicht hilft mir das Gitter. Ich nutze jedes Kästchen und gehe immer eins runter. Das ist die untere Hälfte. Und jetzt oben. Mit den verschiedenen Farben wird's hübscher. Nur noch ein paar. Das ist toll. Schau es dir an. Was für ein einzigartiger Ansatz. Und das hier. Ein bisschen zu realistisch für meinen Geschmack. Ich finde, Matt hat diese Runde richtig gut gemacht. Oh yeah. Was macht sie da so lange? Fast fertig. Eure Geduld hat sich gelohnt. Tada. Das sieht nach Spaß aus. Ein Jung zu zeichnen ist super einfach. Ich schaue mir jeden Tag einen im Spiegel an. Sehr gut. Wo hat Ellie das nur gelernt? Das kann ich nicht abgeben. Matt. Du hast keine Zeit mehr. Zeigt mir eure Bilder. Ich muss wirklich schnell machen. So. Ein Junge. Hä? Ich schätze, das ist ein Junge. Warte. Darf ich eine kleine Erinnerung vornehmen? Na gut. Aber nur eine Minute. Dankeschön. Die Buchstaben sind ein guter Ausgangspunkt. Verbinde sie alle miteinander. Und ein bisschen Farbe macht ihn lebendig. Und ein bisschen Farbe macht ihn lebendig. Ich wusste, wir schaffen das. Ich wusste, wir schaffen das. Faszinierend, hm? Jetzt. Reißt euch zusammen. Sollen wir eine Katze malen? Okay, schätze ich. Das ist knifflig. Irgendwann heute noch? Schnurrhaare? Ah, ich bräuchte etwas Inspiration. Ist sie wirklich eingeschlafen? Hm. Dann kann ich mich an die Arbeit machen. Sag auf Wiedersehen, kleine Katze. Du kommst mit mir. Hey, Ellie. Woher hast du das? Unfair. Ich will auch eins. Aber ich bin auch clever. Oh, guter Junge. Ich bevorzuge die echte. Oh. Ich hab's wieder getan. Du bist mein bester Freund. Und ich werd dich auch malen. Du bist größer, als ich dachte. Ich kann dich gar nicht umrunden. Vielleicht, wenn du dich ein bisschen drehst. Ah, das klappt nicht. Hä? Was für ein glücklicher Zufall. Du weißt, wie man Katze buchstabiert. Matt, halt mal kurz. Wo kommst du denn her? Egal. Dann mal los. Schon viel besser. Dann verwandle ich mal das Wort Kat in etwas, das aussieht wie eine Katze. Ich mach den kleinen Kerl braun. Darf die Ohren nicht vergessen. Und noch ein paar lustige Streifen. Fast so süß wie das Original. Was hältst du davon? Äh, ist jemand zu Hause? Äh, was hab ich verpasst? Richtig. Katzchen. Oh, niedlich gemacht, Ellie. Das kommt mir sehr bekannt vor, Matt. Und ich weiß auch warum. Sorry. Dann gewinne ich diese Runde wohl. Kreativ sein ist mehr als nur auf ein Blatt zu malen. Ähm, sind wir jetzt fertig mit dem Tanzen? Weil jetzt Hunde gezeichnet werden wollen. Das wird interessant. Fange ich mit den Ohren an? Matt, brauchst du ein bisschen Hilfe? Schau dir diesen Hund hier an. Was? Ein Hund? Ach, vergiss es. Hey, Ellie. Siehst du den Hund? Hey, jetzt seh ich ihn auch. Sieht aus wie ein Rottweiler. Ich mal den einfach nach. Und ich mal noch Details dazu. Wie das Hundehalsband. Und was ist ein Hund ohne süße Augen? Jetzt die feuchte Nase. Und eine lange Zunge. Dann schön ausmalen. Das ist ein echtes Kunstwerk geworden. Mann, bin ich gut. Ich brauche nur etwas Hilfe. Ich glaube, der wird nicht helfen. Wie kommt das überhaupt hier rein? Im Ernst? Das hatte ich mir erhofft. So ein braber Junge. Und so hübsch. Oh, der ist aber niedlich. Oh. Warte. Nein. Wo ist dein Bild? Meins ist fertig. Ich sehe, ich habe dich wirklich inspiriert. Yay. Und jetzt will ich ihn streicheln. Er ist so weich. Und zu guter Letzt, Lina. Aufgepasst bitte. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir malen Regenbögen, oder? Lass uns beginnen. Den darf ich nicht vergessen. Sie fangen immer mit Rot an. Sieht schon wie ein Regenbogen aus. Äh, ich mag Marka nicht besonders. Kümmer dich um dein Kram. Sie macht doch gar nichts. Hey, ist das ein Poppet? Ich liebe diese Dinger. Und genau das brauche ich jetzt. Hey. Hä? Ist das nicht toll? Aber ich benutze es für etwas anderes. Jede Linie bekommt ihre eigene Farbe. Nur noch ein paar mehr. So. Und ich darf die Löcher nicht vergessen. Und jetzt schnell umdrehen. Ist das nicht entspannend? Fast so gut wie das hier. Hallo da vorne. Aufgepasst. Hey. Wir sind fertig. Wow. So viele schöne Farben. Die Ausführung ist ein bisschen daneben. Okay. Und das ist mal ein Blick über den Tellerrand. Hast du eine coole Idee für ein Meisterwerk? Weißt aber nicht, wie du sie umsetzen sollst? Kein Problem. Denn wir haben einige praktische Tricks, mit denen du deine Idee in ein Kunstwerk verwandelst. Also lass uns deine kreativen Säfte in Wallung bringen. Nein. Und das ist mal ein bisschen ... Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey. Wie geht's, David? Uh. Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich hab Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helf dir. Oh, so weich. Aha, wow. Ähm, meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Oh, genau das sag ich ihr. Es gibt auch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist. Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal. Machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo. Hä? Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow. Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich hab noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange. Wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir rück Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter. Denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch. Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solche schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauch nur Inspiration. Hm. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan. Das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Ähm, hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey. Soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar. Du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen. Solange es rund ist, natürlich. Findest du es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein. Mein kleiner Künstler. Okay. Dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur. Was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf hier rüber zu starren. Als ob. Aber gut. Ich stell mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo. Er sieht bezaubernd aus. Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich hab ihn zuerst gesehen. Aha. Möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linien ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig. Nur noch ein paar Striche. Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du wirst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Oh. Schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey. Oh. Ihr seid schon fertig, was? Hm. Gut gemacht. Und jetzt geht mir noch fünf Minuten. Alles klar. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Ach. Der Ball ist so winzig. Wow. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama. Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Ich versuche ein... Hey. Wo ist meine Farbpalette hin? David? Hast du sie? Entschuldigung. Schau. Ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh. Ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch es mal, David. Wow. Und los. Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha. Leute, die blauen Punkte kommen. Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Juhu. Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig. Bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. Okay, nur noch ein bisschen von dieser Farbe. Schnell. Solange sie noch abgelenkt ist. Dieser Apfel ist sowas von rot. Ich will ihn unbedingt essen. Hä? What the heck? Wieso hält sie jetzt nun Apfel? Ah. Ah. Sie hat mich bemerkt. Ah. Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Hä? Na endlich. Da passiert was. Sieh nur das Licht. Sieht nach Aliens und Ufos auf. Wie aufregend. Das ist so cool. Was wohl als nächstes passiert? Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair. Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme. Zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh mein Gott, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Hm, was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein. Hey, Alien-Kumpel. Guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Hm, der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Oh, ich liebe diese Süßigkeit. So fruchtig. Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original. Augenblick mal. Ich habe eine Idee. Dafür schütte ich ein paar aus. Die sind so kunterbunt und schön. Rosa gefällt mir am besten. Und jetzt sortiere ich sie nach Farben. Zuerst ist blau dran. Und nun pink. Gut, alles sortiert. Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie. Yes, ein Puppet. Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erstmal eine Runde spielen. Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist eine Mal-Challenge. Ah, stimmt. Voll vergessen. Das Puppet hat mich etwas abgelenkt. Yes. Dieses Mal darf ich Hände benutzen. Und zwar alle beide. Das ist meine Chance. Das leih ich mir kurz aus. Das Puppet brauche ich für mein Bild. Zuerst male ich mit Rot. Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus. Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran. Okay, fertig. Mal sehen, wie das wird. Nun muss ich das Puppet noch umdrehen. Und schon kann ich loslegen. Rot, Rot und etwas Blau hier. Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen. Hey, ich weiß, was ich machen werde. Auf geht's, Naseweiß. Dann male ich eben mit meiner Nase. Huh, die Farbe kitzelt ein bisschen. Mit dieser besonderen Mal-Technik werde ich bestimmt punkten. Klappt auch ganz gut. Und nun ist Orange dran. Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt. Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut. Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind. Meins ist besser als deins. Wow, das ist Zauberei. Puppet-Kekse. Da muss ich probieren. Oh, wow, das schmeckt so gut. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? Oh, in der Runde sind wohl Boxen dran. Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spray-Dosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Mmh, sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt es noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier. Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht es wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada, mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Äh, nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Ach, Mann, naja, ich hab meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins. Das werden ja immer mehr. Ha! Ha, da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß. Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt hab ich Lust auf Eis. Lass mal sehen. Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände, das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Mhm, ich male das Eisrot an, das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Ach, sie liegt schon wieder so weit vorne. Ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht sich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben. Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada. Aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden. Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne echtes Eis, oder? Was für eine Challenge wird uns dieses Mal erwarten? Bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Guck mal, ein niedlicher Frosch. Guck mal, wie er herumhüpft und vor sich her quakt. Ich bin sowas von bereit, ein Bild mit Froschmotiv zu malen. Wow, ich auch. Ich liebe Frösche und Kröten. Ich kann es kaum erwarten. Yes, mit zwei Händen. Und du mit einer Hand. Ich benutze diesen Filzstift mit feiner Spitze für diese Challenge. Ich beginne mit zwei Herzhälften, die ich nebeneinander male. Und dann verbinde ich sie so miteinander. Oben kommt ein Bogen hin, etwa so. Er hat so süße kleine Fingerchen, echt niedlich. So weit, so gut. Und nun male ich den Frosch noch bunt an. Natürlich male ich ihn grün an. Schließlich ist er ein Frosch. Ha, ich Glückspilz darf beide Hände benutzen. Ich bin bestimmt doppelt so schnell, weil ich beide Hände benutzen darf. Das sieht gut aus. Meine Strategie geht voll auf. Sie hatte recht. Er hat wirklich kleine süße Fingerchen. Die sehen sowas von knutschig aus. Okay, mit der Umrandung bin ich fertig. Und nun kommt das Kolorieren. Ich bin schneller, als die Polizei erlaubt. Ist das nur Einbildung oder ist das Rauch? Na los, schneller. Wow, das Papier qualmt vor sich hin. Ah! What the heck? Wie hat sie denn da drüben Feuer gemacht? Ups, das war's dann wohl mit meinem Froschbild. Ich hab wohl zu fest aufgedrückt. Also, mein Bild ist nicht in Flammen aufgegangen. Tada! Ist der nicht süß? Oh, was ist das? Ein Fruchtgummifrosch? Der ist bestimmt aus meinem Bild entsprungen. Komm da noch mehr raus. Schüttel, schüttel, schüttel. Wow, so viele Fruchtgummifrosche. Oh Mann, das riecht wie Wassermelone. Hoffentlich schmeckt der Frosch so gut, wie er riecht. Wow, echt gut. Ich liebe Fruchtgummi über alles. Wow, was machst du denn? Fahr mal einen Gang runter. Nee, ich komm bei Fruchtgummi einfach nicht anders. Hey, hey, hey. Siehst du auch das, was ich da sehe? Oh, mein Gott. Das sind riesige Zähne. Oh nein, es wird größer. Haha, keine Sorge, ihr zwei. Er kann euch nichts tun. Was für eine Erleichterung. Doch er ist unser Stichwort für die nächste Mahl-Challenge. Hm, okay, da steht eine 5 auf unseren Blättern. Ich glaube, ich weiß schon, wo das hinführt. Ich male Linien zu den Strichen, die schon da sind. Ein paar Schnörkel hier, ein Auge da und Zähne dürfen natürlich nicht fehlen. Und Dinos brauchen Beine und Arme, sonst kann er nicht laufen. Gut, fehlt nur noch etwas Farbe. Ich will, dass er furchteinflussend aussieht. Nur noch ein wenig mehr und fertig. Es sieht toll aus. Schau dieses Mal auf dein eigenes Blatt. Hey. Oh, komm schon, lass mich mal sehen, nur ganz kurz. Hey, Moment mal, Bleistifte. Die helfen mir garantiert bei meinen Problemen. Gut, die müssen nur noch angepasst werden. Vielleicht hier noch eine kleine Änderung. Und nun haben die Radierer vom Bleistift eine Form. Das hier ist ein Herz und ein Sternchen. Okay, dann drehe ich mal das Blatt um und fange an. Wäre sich direkt so. Und nun ist Zeit für meinen Marker. Ich brauche so eine Art Eye-Form. Und nun zu den Radierern. Ich tunke sie einfach in die Farbe. Und tupfen. Okay, stopp. Zeigt mal eure Bilder her. Hier ist meins, Miss. Hoffentlich gefällt es Ihnen. Und das ist meins. Er ist nur noch nicht geschlüpft. Was? Ich glaube nicht, dass ich das gelten lassen kann. Oh, aber dein Bild ist toll. Du bist die Siegerin. Ich? Echt? Oh, juhu, vielen Dank. Ich liebe diese Chips. Aber sie schmecken noch viel besser, wenn man sie teilt. Außerdem, ich finde dein Ei sehr süß. Dankeschön. Was zum Geier ist denn mit ihr los? Die ist echt seltsam. Was macht sie da mit den Handtüchern? Hi. Ja, wir sind immer noch hier schon vergessen? Schon gut, schon gut. Hier, mal diesen Flamingo. Oh, ein Flamingo. Okay, das wird lustig. Ich benutze meine Lieblingsmethode und fahre meine Hand nach. Okay, gut. Und nun wird das Blatt gedreht. Der Vogel braucht definitiv einen Kopf und einen großen, dicken Schnabel. Gut, das Auge ist fertig. Und nun die Flügel. Und seine langen Beine natürlich. Nun kommt die Farbe. Es wäre kein Flamingo ohne pinkes Federkleid. Der wird so schön sein, wenn ich erst mal fertig bin. Weiter ausmalen. Immer weiter ausmalen. Nur noch ein wenig mehr und fertig. Mal sehen. Die Größe muss auf jeden Fall stimmen. Ich improvisiere einfach. Das wird schon tief gehen. Okay, er sieht ungefähr so aus, glaube ich. Okay, gut. Man erkennt den Flamingo, oder? Puh, die Abkühlung hatte ich bitter nötig. Wie läuft es mit euren Bildern? Äh, was soll das denn sein? Irgendein verrücktes Küken? Oh, ja, sorry. Aber irgendwie hat sie auch recht. Dein sieht gut aus. Du gewinnst die Flamingo-Challenge. Glückwunsch. Yes, ich habe gewonnen. Ohne Hilfe. Hör mal, sei nicht traurig. Ich teile natürlich. Hier. Danke. Da fühle ich mich gleich besser. Pfeilchen sind blau und Rosen sind rot. Also dann, yeah, wir malen Blumen. Oh nein, meine Farbe ist voll trocken. Ach Mist, was mache ich denn nun? Ich brauche neue Farbe. Mal sehen, mit welcher Farbe beginne ich? Mit Pink natürlich. Nein, die kannst du nicht haben. Ich brauche die. Bitte, meine Farbe ist so trocken. Nein, habe ich gesagt. Da musst du dir was anderes suchen. Nun, wie werde ich meine Rose malen? Sie soll auf jeden Fall schön sein. Okay, ja, das wird gut funktionieren. Oh, kaum zu glauben, dass sie nicht mit mir teilen will. Sie ist so gemein. Ich bin ganz aufgewühlt deswegen. Ich muss mich beruhigen. Oh, mir ist auf einmal ganz schummrig im Kopf. Hä, was ist mit meiner Tüte passiert? Na toll, da ist jetzt überall Farbe drauf. Runter damit, mach schon. Was zum? Lass deine Farbe auf dem Blatt, bitte. Benutz die Tüte, um Farbe aufzutragen. Oh, okay, schon kapiert. Ich tunke die Tüte einfach in die Farbe. Eine Rose ist fertig. Und noch eine hier. Wow, die sehen echt voll schön aus. Na sowas. Mal sehen, was kann ich noch malen? Ah, ich weiß. Wo geht sie denn hin? Ach, mir egal. Sie kann machen, was sie will. Ich muss mir nur ganz kurz den hier leihen. Hab ich dich? Gut, und nun habe ich einen Pinsel. Das heißt, jetzt kommt der letzte Schliff. Es wären keine Blumen, wenn sie keine Blätter hätten. Die Zeit ist um. Zeigt mir eure schönen Rosenbilder. Okay, bin soweit. Das ist mein Bild. Ist das nicht schön? Nun, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber nein, es ist nicht schön dafür, aber ihr Bild. Das ist ja mega. Du sagst es. Deswegen geht die Runde an dich. Yay, schon wieder gewonnen. Ist das zu fassen? Uh, meine Lieblingssüßigkeiten. Meine Glückwünsche. Oh, Mr. Kitty, dich mag ich doch am liebsten. Ach ja, die Challenge. Ähm, malt Mr. Kitty. Na los. Ich liebe es, Katzen zu malen. Katzen sind voll toll. Das wird mega. Was macht sie? Schreibt sie das englische Wort für Katze? Also Kat? Was? Oh mein Gott. Die Runde werde ich definitiv gewinnen. Okay, Zeit für meine Katzenzeichen-Skits. Zuerst male ich einen Kreis. Katzen können auch rund sein. Vor allem, wenn sie ein Dickerchen sind. Hm, die male ich von hier aus weiter. Nun werde ich mein Wort in etwas Besseres verwandeln. Ich beginne mit einem kleinen Gesicht. Die Schnurrhaare sollen auch nicht fehlen. Okay, der Kopf ist fertig. Ein großer, langer Schwung für den Rücken und Schwanz. So süß. Wow, gut gemacht. Zeigt mir eure Kätzchen. Tada, das ist mein Kätzchen. Und naja, das hier ist meine Katze. Ich wurde abgelenkt. Oh, nun ja. Ein unfertiges Bild zählt leider nicht. Somit steht der Sieger fest. Wow, gewonnen. Mein Kätzchen und ich haben wieder gewonnen. Yes, Cookies. Ich liebe Cookies. Okay, in eurer letzten Challenge malt ihr einen Schmetterling. Okay, das schaffe ich. Ich weiß, dass ich es kann, oder etwa nicht? Hey, ich habe eine gute Idee. Das sollte eigentlich klappen. Ich fahre einfach der Form der Klebebandrolle nach. Hm, genau so. Okay, das sieht gut aus. Und nun brauche ich noch einen Kreis genau hier. So schwierig ist das gar nicht, aber ich will nichts riskieren. Oh, genau so. Hä, was macht sie da? Oh, schon kapiert. Echt clever. Doch während sie das macht, habe ich einen besseren Plan. Hier entsteht gleich das süßeste Bild von einem Schmetterling. Ich lege das Blatt über das Tablett. Und fahre nun einfach das Bild nach. Die Flügel sind fertig und nun kommt der Körper und Kopf. Oh, die Fühler noch. Jetzt werden die Flügel noch verschönert. Gelb und Pink passen gut zusammen. Das gefällt mir sehr gut. Wow, wie hast du das denn gemacht? Stopp, zeigt mir eure Werke. Okay, also ich habe eine Raupe gemalt. Oh, naja, sie hat ein Bild von einem richtigen Schmetterling. Gut gemacht. Ja, aber sieh mal, die Raupe verwandelt sich. Oh, welche Überraschung. Dann habt ihr beide gewonnen. Yes, ich liebe es, wenn wir beide gewinnen. So ist das cool. Sieh mal, dieses Mal haben wir Kaugummi und müssen nicht mal teilen. Juhu, wir sind Sieger. Hm, das ist also das Bild, an dem du arbeitest? Ich weiß nicht, es fehlt noch eine Kleinigkeit. Genau hier im Meer. Oh, was machst du da? Das ist mein Bild. Ich will keine Fische. So ein Unsinn. Dieses Bild braucht unbedingt Fische. Das reicht. Nimm das. Ach ja? Dann ist der hier für dich. Genug ist genug. Ein Klecks Pink. Okay, dann kommt jetzt etwas Grün für dich, du Grinch. Du bist das Allerletzte. Meine Malerrolle ist die Stärkere von beiden. Oh mein Gott, was geht denn da vor sich? Das reicht. Ihr beide braucht eine Challenge. Ab in die Box. Nein, nein, nein. Schnell. Lauf so schnell, wie du kannst. Oh Mann. Jetzt sind wir in der Box gefangen. Hier gibt es nicht viel zu tun, ha? Ja, aber eine kleine Pause und ein Snack schadet nicht. Oh mein Gott, was ist das? Die Direktorin, sie ist auch hier. Also dann aufpassen bitte. Ich suche diese Pop-It-Handyhülle, okay? Verstanden? Ich habe sogar eine Vorlage für euch. Vorlagen für Handyhüllen? Das klingt nicht sonderlich spaßig. Trotzdem mache ich dich platt. Von wegen. Ich habe schon eine Idee. Ja, Süßigkeiten sind die Lösung, wie immer. Ich lege sie nach und nach auf die Vorlage. Dabei ordne ich sie schön in Reihe und Glied an. Okay, nun bedenke ich den Rest der Vorlage damit. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe auch schon eine clevere Idee. Mit diesem kleinen Nudelholz mache ich meine Mama stolz. Ha, das hat sich gereimt. Okay, nun zu den Farben. Ich male orangene Punkte auf mein Nudelholz. Alles schön in einer Reihe und dann kommt Gelb dazu. Uh, das Blau ist so kräftig. Das gefällt mir total. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Okay, ich bin fertig mit den Punkten und kann losrollen. Ha, sieh dir das an. Das hat voll gut funktioniert. Hey, Frau Direktorin, ich bin mit der Aufgabe fertig. Oh, ach ja, die Aufgabe, lass mal sehen. Hm, okay, okay, eine interessante Technik. Sehr gut, und nun zu dir. Oh, aber natürlich, sie werden sehr beeindruckt von meinem Bild sein. Oh, Mist, ich bin so blöd. Ist mir das wirklich gerade passiert? Ich habe die Aufgabe gelöst, ehrlich. Okay, na schön, ich glaube dir. Aber der Sieger ist eindeutig sie. Das Handy ist mein Preis? Voll cool, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich auch mit dem Puppet spielen. Und jetzt bestelle ich mir etwas. Ja, eine große Bitte, danke. Oh, das ging schnell. Hervorragender Service. Yes, Zeit für Pizza. Ich bin ja sowas von hungrig. Halt, er ist immer noch traurig. Hey, ich habe Pizza bestellt. Willst du auch ein paar Stücke? Oh, auf jeden. Sehr gerne, danke dir. Mal sehen, wie mir die Farbe steht. Oh, gosh, ich habe Lippenstift auf den Zähnen. Hm, vielleicht funktioniert dieser Winkel besser. Jups, nun ist das Bild fertig. Tada. Ich habe die Direktorin abgemalt. So malt man ein Porträt. Siehst du? Los, wer es am besten ausmalen kann. Wenn das so ist, dann brauchen wir etwas Make-up. Hier ist auch ein Täschchen für dich. Also dann, das Make-up liegt bereit und ich kann loslegen. Womit fange ich am besten an? Ah ja, hiermit. Ich bin ein großer Fan von knalligen Farben als Lippenstift. Das Pink ist echt schön. Das gefällt mir gut. Nun etwas Blau. Das kommt auf die Augenlider. Das Blau glitzert so richtig schön. Ruhstoff natürlich nicht fehlen. Ich möchte die Wangenknochen schön betonen. Es fehlen noch ein paar bunte Highlights für die Haare. Oh, die Farbe ist perfekt. Ich hätte auch gerne lila Haare. Sie bekommt auch noch ein paar Sommersprossen. Die sind echt süß. Tada, mein Porträt ist fertig. Mein Porträt ist auch fertig, Frau Direktorin. Wir sind fertig. Du meine Güte, das ist dein ausgefallenes Make-up. Ich will gar nicht hinsehen. Oh, mir gefällt dein Porträt richtig gut. Sehr schön. Tada. Ein weiterer Preis für dich. Diese Palette. Yes, ich liebe neues Make-up. Das muss ich sofort ausprobieren. Hä? Einen Augenblick. Das ist kein Make-up. Das ist weiße Schokolade. Aber was ist mit meinem Porträt? Sie ist zum Küssen schön, oder nicht? Mir gefällt das Bild, egal was die anderen sagen. Ha, oh mein Gott. Du siehst buchstäblich aus wie ein Clown. Was? Oh, ich sehe aus wie ein Clown. Also dann, die nächste Aufgabe wartet auf euch. Hm, eine Eiswaffel, ha? Das schaffe ich. Zeit, meine künstlerischen Fähigkeiten auszupacken. Das Eis und die Eiswaffel sind fertig. Nun wird es verschönert. Perfekt, es ist glücklich und süß. Nun kommt Farbe hinzu. Das wird richtig schnieke aussehen. Mal sehen, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zuerst kommt blau. Und dann wird es langsam lila. Ich male um die Augen herum. Oh, nun wird es pink. Genau wie geplant. Perfekt. Die Eiscreme sieht zum Anbeißen aus. Soweit, so gut. Nun muss ich die Eiswaffel noch schön anmalen. Gelb als Kontrastfarbe wirkt hier wahre Wunder. Oh, wie zum Geier hat er das gemacht? Das ist mega. Und wie sieht es mit diesem Winkel aus? Ja, perfekt. Mein Bild muss genauso cool werden. Mal sehen. Oh, das ist genau das, was ich brauche. Entschuldigung. Hi, darf ich das kurz haben? Äh, kennen wir uns? Vergiss es. Aber ich brauche es wirklich dringend. What the heck? Das gehört mir. Lass los. Lass los. Ah. Ups, tut mir wirklich leid. Puh, okay. Bin wieder da. Ich kann loslegen. Mit diesem Klebeband klebe ich die Eiswaffel fest. Hm, ich brauche noch etwas mehr. Das kommt hier hin. Perfekt. Das Eis liegt fest an und ist gesichert. Frau Direktorin, ich bin mit der Aufgabe fertig. Oh, wirklich? Wie aufregend. Oh, zählt das auch als Kunst? Nein, ich denke eher nicht. Hey, zeig mir mal dein Bild. Oh, okay. Das ist schon besser. Sehr süß und bunt. Hier ist dein Preis. Oh, nice. Ich bin schon hungrig. Ich liebe Eiscreme. Oh, das ist ganz schön kalt. Warte. What the heck? Hilfe, ich bin eingefroren. Hä? Was ist denn mit dir passiert? Oh, das Eis war wohl ganz schön kalt. Ups, Baum fällt. Autsch. Alles in Ordnung? Mein Koffer ist gepackt und ich bin bereit zu gehen. Mein Strandhut muss noch richtig sitzen. Bon voyage. Bye. Viel Spaß noch. Ich bin dann mal weg. Oh, gosh. Ich will auch in den Urlaub fliegen. Das wäre cool. Ich könnte am Strand relaxen, in der Sonne chillen und exotische Getränke trinken. Oh, der Wind ist hier viel stärker. Ja. Hey, hey. Bist du noch bei Sinnen? War das ein Tagtraum oder was? Ach ja. Ein Strandurlaub mit Sandalen und kühlem Wind wäre schön. Oh, wow. Das bringt mich auf eine tolle Idee für ein Bild. Ich gebe etwas Farbe auf dieses Futtermesser. Dann fahre ich damit so auf dem Bild entlang. Soweit, so gut. Gleich wird das noch besser aussehen. Nun kommt etwas grüne Farbe auf dieses Wattestäbchen. Ich male einen Bogen und kleine Zacken darauf. Etwa so. Unten kommt auch etwas grün hin. Sieh dir das an. Die perfekten Strandpalmen. Okay, das war's. Mein tropisches Bild ist fertig. Das ist mir echt gut gelungen. Wow, echt schön. Sieht aus wie in meinem Tagtraum. Irgendetwas fehlt da aber noch. Ich habe schon länger nicht mehr mit meinen Fingern gemalt. Fingermalerei ist etwas, das man nie verlernt. Und fertig. Oh hey, die Direktorin kommt von ihrem Urlaub zurück. Dieses tropische Bild haben wir gemeinsam gemalt. Das habt ihr zusammen gemalt? Wie schön. Prösterchen. Ihr beide habt diese Runde gewonnen. Yes, ein Hauch von tropischem Urlaub in unseren Händen. Gut gemacht. Du auch. Komm, beeil dich. Ich will nach Hause zu meiner Mama. Das geht jetzt nicht. Bereit? Wow, Schokolade. Mir nach. Achte auf die Stufen. Wow. Psst, alles okay? Sie hat gesagt, ich soll ihr nachgehen. Wee. Zum Glück bin ich nicht auf meinem Kopf gelandet. Halb so wild. Zeit für Schokolade. Die ist nicht echt. Dein Ernst? Das ist nur ein Bild. Warte. Sie ist echt. Was ist passiert? Wo sind wir? Schau. So viele Pinsel. Bist du bereit zum Malen? Die erste Challenge. Was das wohl ist? Oh, so ein süßer Hund. Darf ich ihn behalten? Okay, Konzentration. Hm, Künstler machen das immer. Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Der Hund ist echt klein. Hey, jetzt weiß ich's. Hä? Wofür macht man das? Ach so, ich verstehe. Ich zeichne meine Hand nach. Was machst du denn? So war das nicht gemeint. Ich lege meine Hand so auf das Papier und zeichne sie nach. Nun mache ich einen Hund daraus. Fell, süße Kulleraugen und eine Schnauze. Jetzt noch ausmalen. Sieht schon besser aus. Du kannst auch andere Farben nehmen. Fertig. Ist er nicht süß? Das hat Spaß gemacht. Ich nenne ihn Lucky. Hey, das ist echt gut. Meins sieht etwas anders aus. Haha, der Versuch zählt. Wer hat gewonnen? Juhu! Schau, da passiert etwas. Kekse, lecker! Die sehen aus wie Hundeknochen. Passend zur Challenge. Wie die wohl schmecken? Moment mal. Kekse? Hundeknochen? Der Hund? Halt! Die sind nicht für dich. Die schmecken gut. Kann ich das Rezept haben? Oh, das wird dir auf den Magen schlagen. Was ist? Die Kekse sind für den Hund. Igitt! Wieso sagst du mir das jetzt erst? Ich hab's versucht. Hey, komm her. Wir haben Leckerlis für dich. Oh, so ein braver Junge. Hier kommt dein Leckerli. Das Posieren hat dich bestimmt hungrig gemacht. So ein cleverer Hund. Hier, der ist für dich. Oh, toll! Ein Einhorn? Hm, könnte knifflig werden. Ich versuch's mal mit den Stiften. Eine große Auswahl. Was nehm ich nur? Pinsel? Oder Stifte? Stifte! Damit wird das Malen leichter. Dann mal los. Ups! Bin ausgerutscht. Entschuldige. Von wegen. Na, warte es. Du bist so kindisch. Ich wollte doch nur helfen. Ach ja? Ich helfe dir auch. Hör auf damit. Nimm das. Hier fehlt noch Farbe. Hier fehlt noch Blau. Mir reicht's. Nimm das. Schluss jetzt. Auszeit. Die Klügere gibt nach. Hier, neues Papier. Okay, ich will dich aber nicht anschauen. Endlich kann ich in Ruhe malen. Und los. U-N-I-C-O-N. N. Die Buchstaben verbinden. Jetzt kommt der Kopf. Und die Beine dazu. Dann male ich es aus. In Pink wird es gut aussehen. Der Sieg ist mein. Sieht fast wie echt aus. Jetzt noch der Schwanz. Fertig. Das war leicht. Tada! Oh nein. So sieht mein Bild aus. Echt gut. Wahre Kunst. Ich kann mir schon denken, wer gewinnt. Wusste ich's doch. Juhu! Gibt es einen Preis? Hoffentlich ein echtes Einhorn. Das ist auch gut. Nein, der ist zu klein. Wo ist's? Ah! Das sieht lecker aus. Wenn ich ein kleines Stück probiere, merkt sie nichts. Genau meine Größe. Achtung, gleich gibt es eine Sauerei. Dein Ernst? Oh nein. Ich bin gestolpert und auf den Kuchen gefallen. Der Rest ist für dich. Ist das zu fassen? Entschuldigung. Bereit für die nächste Challenge? Und ein Kaktus? Das wirst du verlieren. Vergiss es. Du verlierst. Los! Das wird leicht. Ein Power Snack für zwischendurch. Du bist ganz ruhig. Du bist eins für den Hinsel. Fast fertig. Geschafft. Puh. Sieht aus wie ein echter Kaktus, was? Was ist das denn? Pass mal auf. Den Schwamm ziehe ich nach unten. Mit einem kleineren Schwamm male ich weiter. Es fehlen noch Blüten. Jetzt male ich die Details hinzu. Das wird ein Meisterwerk. Und? Was sagst du? Naja, beide sind grün. Ich hab wieder gewonnen. Lass dich nicht runterkriegen. Wow, eine Kaktuspinata. Sind da Snacks innen? Lass es uns herausfinden. Erst die Augen verbinden. Okay, ich bin bereit loszulegen. Wow, so viele Bossons. Hast du was gesagt? Wo ist sie hin? Hallo? Naja, was soll's? Was ist passiert? Hey, woher kommen all die Süßigkeiten? Diese Challenge wird besser als die davor. Ein Kürbis? Wie öde. Kann ja nicht so schwer sein. Hm, womit male ich jetzt? Zu groß. Nee, ein anderes Mal. Der ist perfekt. Ein orangener Kreis und fertig wird der Kürbis sein. Ich will gewinnen. Ich nehme den Stift. Ich beginne in der Mitte. Male den Strunk hinzu. Jetzt noch ausmalen. Für den Schatten nehme ich eine dunklere Farbe. Sieht gut aus. Und was sagst du? Hey, aufwachen. Jemand zu Hause? Hallo? Wach auf. Du musst doch malen. Ich bin wach. Was ist hier passiert? Ach ja, der Kürbis. Na toll. Besser wird's nicht. Du hast da etwas an deiner Wange. Echt? Was denn? Oh, Farbe. Steht dir. Juhu. Was ist der Preis? Hm, Kürbissaft. Das ist eklig. Ich fühle mich komisch. Was passiert hier? Habe ich einen Kürbiskopf? Das nächste Kostüm für Halloween steht fest. Ich hasse dieses Spiel. Mein Gesicht. Mein schönes Gesicht ist wieder da. Was für ein Schock. Davon lasse ich die Finger. Hey, behalte das bei dir. Hey, schau mal. Wow, ein Puppet. Die beste Challenge bisher. Das wird klasse aussehen. Ich male ein Viereck. Dann kreise. Meine Idee ist besser. Jetzt kommt der Kopierer zum Einsatz. Und rein mit dir. Kopieren. Besser geht's nicht. Wie läuft's bei dir? So weit, so gut. Fehlt nur noch Farbe. Uh, das wird gut. Ich male einen roten Streifen. Jetzt den Rest. Wie ein Regenbogen. Sieht aus wie ein Puppet. Wer wohl gewinnt? Nicht schlecht, aber mein Bild wird gewinnen. Oh wow, gewonnen. Soll das ein Witz sein? Meins ist besser. Mir wurde ein Verstoß gemeldet. Sie sind festgenommen. Geben Sie mir Ihre zweite Hand. Einen Kopierer zu benutzen, verstößt gegen die Regeln, die wir sehr ernst nehmen. Tut mir leid. Das geschieht dir recht. Wow, ein Puppet aus Schokolade. Meine zwei liebsten Sachen vereint. Sie werden jetzt abgeführt. Mitkommen. Oh oh, so ein Pech. Was ist dein bester Schultrick? Verrate ihn uns unten in den Kommentaren. Teile dieses Video auch gern mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.